Da bist du, du schönstes Wunder dieser Welt. Du wächst bedingungslose Liebe und machst unendlich glücklich. Doch manchmal läuft im Leben nicht alles nach Plan. Und außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Genau dann braucht ihr zuverlässige Unterstützung. Deshalb sind wir jetzt für euch da. Wir begleiten und unterstützen euch. Wir hören euch zu und helfen euch. Denn gemeinsam schaffen wir das. Wir halten zusammen und überwinden diese unsicheren Zeiten. Lasst uns Schritt für Schritt in eine sichere und glückliche Zukunft gehen. Dafür unterstützen wir euch auf elevit.de mit aktuellen Informationen und Angeboten rund um eure Schwangerschaft. Macht jetzt mit. Wir sind für euch da. Versprochen. Das ist für die Einsch laufe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020